Hey und Willkommen zu einer weiteren Episode von, ich würde gerade sagen Trouble in Terrorist Sound, das habe ich seit Monaten nicht aufgenommen, von One Piece Odyssey. Wir sind in den Eisblock Ruinen und ich möchte gleich mal was vorweg sagen und zwar, ich habe mich in der letzten Folge aufgeregt, dass Frankie so gut wie keinen Schaden macht. Und äh, obwohl er zu teuer ist und ich kann euch auch ganz genau sagen warum, er hat noch keinerlei Ausrüstung. Jetzt habe ich komplett vergessen, dass er ja auch Ausrüstung braucht. So, äh, kraftlicher Kommodor mache, Lucky Suit, pass auf, dann geben wir, geben wir Frankie, da war er, nein, 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 so rum, so rum, so. Geben wir ihn Lucky Suit, also, LP und Angriff, können wir ihn auch noch geben, komm, was haben wir noch Schönes? Ecki ist gerade, Ecki, der Coole, der Allercoolste. So, äh, noch irgendwas Cooles, Viereckiges hier. Nochmal ein Angriff Plus, ja gut, geben wir das noch dir. Dann hauen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr rein. Und äh, jetzt können wir auch mit Frankie was leisten. Hier ist wichtig, also geben wir mal nach rechts. Das scheint mir noch relativ optional zu sein. Na komm, geht durch. Ah, wir brauchen Schlüsse dafür, okay. Dann gehen wir doch erst in die Mitte. Gucken, was uns hier erwartet. Erstmal sehe ich eine ganz obvious platzierte, wunderschöne Schatztruhe. Und da brauchen wir wieder einen Schlüssel. Also müssen wir erst mal entfrieren. Da haben wir wieder ein bisschen Berry, immer gut. Schönes Geld. Wir haben in der letzten Folge sehr viel Geld ausgegeben, weil wir uns endlich die Krone kaufen konnten für eine Million. So, gehen wir erst mal hoch. Entfrieren die ganze Sache. Ja, vielen Dank für ihr Geduld. Halt, ich will schon wieder hier lang gehen. Wir gehen hier lang. Frankie. Ach so, warte, wir müssen ja den... Ah, okay, warte, gehen wir erst mal in den anderen Raum. Ändern die Höhe. Zum Glück lädt das relativ schnell. Das ist jetzt Sonik 06, dann ne heiligscheiße. Oh Gott. Aber es ist zum Glück nicht Sonik 06. Aus mehreren Gründen zum Glück. Aus mehreren Gründen. So, Box Robbe, lass mich kurz hier durch. So, öffne mal den Mist. Oh, da geht es hier nach unten. Und es müsste ja jetzt im anderen Raum auch nach unten gehen, hoffentlich. Sonst wüsste ich jetzt nämlich nicht, was ich machen soll. Und ich mag es nicht. Keine Dinge zu wissen. Okay. Die Musik ist weg. Okay. Aber wie komme ich jetzt da runter? Hä? Jetzt komme ich ja erst recht nicht weiter. Warte. Ich bin zu dumm. Vielleicht kann ich mich jetzt rüberschwingen. Aber warum friere ich das jetzt ein? Ach natürlich, warum friere ich das jetzt ein Johnny? Ich weiß nicht, damit ich drüber laufen kann. Mein Gehirn wollte es tun. Nur ich habe es nicht gerafft. Oh, Mann, ey. Okay. Jetzt können wir nämlich auch da lang. Warum würde ich wechseln? So. Ich wollte übrigens meinen Kopf weiter einfrieren, weil... Oh, was? Warum komme ich da nicht hin? Hä? Ähm, wie komme ich da hinter? Ich muss da jetzt irgendwie da runterkommen. Ich verstehe nicht ganz. In der Truhe war auch nicht der Schlüssel. Da war nur... Ah, nee. Ich wollte nicht die... Doch, doch. Ich will den Aggregat- Aggregat-Destand ändern. Oh, Gott. Das ist ein bisschen nervig. Jetzt gehe ich ja wieder hier rein. Ach, Mann. Der Raum verwirrt mich. Wie auch immer. Ich werde zum Zorro. So, da möchte ich rein. Da möchte ich jetzt die Höhe ändern. Dann ändern wir nochmal den Aggregat-Zustand. Dann, äh... Weiß nicht. Ich muss nicht mal langsam was tun. So, ja, 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 ja. Einfach hinner. Hoch, runter, warm und kalt. Meine Güte, ich höre einfach noch weiter. Bisschen, bisschen hässlich. Aber damit kommen wir auch zurecht. Ich meine, das Laden geht schnell, aber... Das ist alles eine eigene Loading-Zone. Das ist schon ein bisschen nervig. Äh, Aggregat-Zustand ändern. Haben wir gerade gelernt. Stimmt, da kann ich mich da hochschwingen. Wahrscheinlich da hinten. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Natürlich, natürlich. So. Auf den Button drücken, mein Freund. Wunderbar. So, durch hier. Wieder die andere Tür. Ich verstehe es nicht. Ich muss nur gerade auslaufen. Ich kriege es nicht geschissen. So. Genau, dann müsste ich mich ja jetzt eigentlich da hochschwinkeln. Genau, super. Das war wieder... Viel zu dämlich. Jetzt haben wir noch eine Truhe. Die nehmen wir noch mit. Kroko-Früchte-Punsch. Gehen wir mal hier durch. Ich habe verstanden, was Frankie kann. So. Hier haben wir noch ein paar Statuen. Noch eine Truhe. Ah, ist wieder ein Aufzug. Das heißt, wir haben wieder mehrere Ebenen. Also zieht sich das jetzt doch noch ein kleines bisschen. So, eine gute Donau-Suppe. Aber es schmeckt... Es schmeckt bestimmt... Es prickelnde Erfahrung, diese Suppe zu essen, sage ich euch. Hier ist noch eine Tür. Können wir nochmal hier durchgehen. Mhm. Da ist noch ein Eisautomat. Genau. Und der wird uns wahrscheinlich jetzt den, äh... Aufzug aktivieren. Und das da unten ist nur ein Shortcut. Und hier... Geil, aber... Ah, ja, reicht zwei. Okay, nice. SP-Aufladungsrate plus. Das ist cool. Wir gehen jetzt mal kurz durch, mein Freund. Ich will natürlich den Schlüssel gerne... Äh, das Tor gerne öffnen, weil... Das ist einfach nur ein sinnloser Umweg. Aber andererseits ist auch gerade kein nötiger Umweg, also... Alles gut. So, gehen wir mal hoch. Und jetzt müsste ja hier bestimmt Wasser laufen und der Aufzug dürfte funktionieren. Genau. Ich weiß nicht, wieso ihr euch wundert, wo es Wasser herkommt. Bei all dem, was wir in der Ruine bis jetzt gesehen haben. Äh, ja. Achso. Quatsch. Ja. Na, geh doch. Mann, wieso muss ich hier stehen? Das ist so... Oh mein Gott, was bist du denn? Okay. Äh. Ich würde sagen, rein da. Dann haben wir nur irgendwie einen Schatz. Den müssen wir erstmal besiegen. Was auch immer das für ein geiler Eisvogel ist, Alter. Arctos ist back. Vogel, der sein Gewirr markiert. Das ist interessant. Gerne mehr, gerne mehr. Ein Gefriervogel. Oh mein Gott, der ist so ziemlich gegen alles. Äh, schwach. Das gefällt mir. Weißt du was? Wir ballern maximal in Schaden. Na, die Riesenpistole ist maximal in Schaden. Uh, hier drei. Ne, nicht. Ich glaube. Oh Gott. Der ist aber auch fucking stark, okay? Merkt schon. Äh, okay. Der Flüge hat drei Manners Schock. Ah, why not, denke ich. Vielleicht fällt er in Ohnmacht. Das Gefühl ausrichten kannst du eh nicht. Du bist ein bisschen schwach. Und der Fährt Ohnmacht. Super. So hast du was sehr effektives. Nein. Dann machst du jetzt einfach mal den Swing Arm. Dann gucken wir mal. Oh, der war schon mal gut. Mal gucken, wie viel du jetzt machst. Ein Fireball ist sehr effektiv. So, los geht's. Oh ja, der war schön. Treib's an. Klasse. Das ist nix mehr niedrig. Hau einfach nur rein. Weißt du was? Nee, es ist unnötig. Der Mann dürfte den ganz normal ausschalten können. Ja, super. Das war's mit dem Gefriervogel. Wunderschön. Gutes Geld bekommen. Und das wird bestimmt nicht der letzte sein, den wir bekämpfen hier. So, eröffnen wir mal die Truhe. Ist da jetzt der rote Schüssel drin? Jawoll. Gut. Müssen wir wieder runter? Hier ist nix weiter. Hier ist nix weiter, oder? Zuerst eine blöde Ecke noch, um Würfel zu verstecken. Aber hier ist in der Tat nichts weiter. Okay. Na dann, auf geht's. Ab geht's, besser gesagt. Aber was bringt er uns jetzt? Wir haben ja jetzt eigentlich diese eine Tür, die wir jetzt öffnen können. Ist ja jetzt eigentlich... Da haben wir jetzt so den Shortcut. Oh, täusche ich mich gerade, oder habe ich was vergessen? Wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen. Ich weiß nicht. Ach, das war der Shortcut-Zuhi. Okay. Stimmt. Die gab's ja auch noch. Ganz kurz nochmal hier aktivieren. Das ist ein Fjord. Ich hätte drüber laufen können. Dass wir... Ich bin schon mal runtergefallen. Dass wir... Na komm. Dann sollten wir zum Shortcut-Zuhi gehen können und von da aus dann die nächsten Schlüssel nehmen können. Okay. Na gut, okay. Zwei? Was hast du gestopfen? Ich meine, ja. Die andere haben wir aber gerade betreten. Deswegen. Ja, ja. Ja, ja, Deo. Mach nur. So, wir haben noch ein Aggregat, äh, ein Höhenwechsel. Dann werden wir auch brauchen, da hinten mal der schnittige verlangt. Wir können doch erstmal durch die Tür gehen. Aber andererseits ist das ja auch sinnlos. Also, äh, lösen wir erstmal... Die Sache da unten. Komm. Ach, komm schon. So, Aggregat wieder wechseln. Und zurück durch die rote Tür. Na gut. Rot. Rot beschmückte Tür. Besser gesagt. Das ist jetzt nicht wirklich rot. So. Lässt du mich mal dahinter, Boxrobbe? Dass wir mal das Seelevel ein bisschen erniedrigen können. Und dann haben wir feste Plattformen. Wir haben sogar feste Plattformen. Also müssen wir wahrscheinlich nicht mal wieder zurück das Aggregat wechseln. Was auch ziemlich sinnlos wäre. Gut. Dann haben wir so einen geilen Pinguin. Warum mal der auf einmal herkommt? Aber, ich beschwere mich nicht. Warte, komm ich jetzt da hoch. Weiß nicht. Hier ist ein Stahltür. Die kann der Zorro. Der Zorro, der Schnillige. Kann die mal zerschnippeln. Jetzt noch. Start. Okay. Mal zu. Okay. Mehr Raum. Eisentürschneider. Der schnittige. Cool, dass es für eine Schiefen gibt. Ähm. Bam. Bam. Ja, wäre schön gewesen. Oh, hier haben wir eine Skur. Walros-Eispanzer. Okay. Mach mal kaputt die Kacke hier. Da haben wir noch eine Boxrobbe. Jetzt wissen wir es noch roten, die wir vorhin da woanders hatten. Wenn ich noch gesagt habe, der hat sich geändert. Ich wusste es doch. Ich habe es mir nicht eingebildet, dass die auch die roten sind. Ich wusste es doch. Mach mit dir. Dann schlappen wir uns die Kiste noch. Oh, nette 32.000. Läuft doch. Oh, da haben wir diesen Raum soweit gekleert. War nichts groß besonderes, aber... War auch nichts, was man jetzt unbedingt übersehen hätte müssen. Hoch. Dann ändern wir den Akkratzustand nochmal. Frieren die ganze Scheiße nochmal ein. Dann gehen wir endlich rüber. So, schön verrostig machen. So, mir leid, meine Freunde. Du musst mal kurz wieder ertrinken gehen. Ja, ja. Er ist einfach gorn. Ja, ja. Wir werden ihn so schnell nicht wiedersehen. Gut, hier auch noch. Kalt machen. Und wieder zurück. Rüberlaufen, durch die Tür gehen. Und hoffentlich den Koloss jetzt bald mal finden. Aber wir haben noch mindestens einen Raum danach. Wie mir die Map verrät. So, Gott. Was haben wir? Wir gehen runter. Wir haben noch einige Räume vor uns. Also hier versteckt. Ich würde sagen, mindestens ein Koloss. Und irgendwie sogar schlimm. Gut, das war jetzt irgendwie ein sinnloser Raum. Es gibt keine sinnlosen Räume in dem Spiel. Und wenn da irgendwo ein Würfel lag. Das war doch jetzt nicht einfach nur irgendein Raum. Doch. Okay. Dann nehmen wir das mal so hin. Gut. Wie kommen wir jetzt hier weiter? mit Swing dein Ding. Dann schwingen wir mal eine Runde. Oh mein Gott, das ist für ein krass Teil. Sieht cool aus. Dann haben wir so ein Pinguin. Ja. Dann gehen wir mal hoch hier. Wir öffnen die Truhe. Ein Krone. Das ist SP. Ist hier noch irgendwas? Nicht so wirklich. Lass mal eine Truhe. Ja. Komm mal so rüber. Wunderbar. Kann man die auch noch aufmachen. Dann machen wir 28.000. So läuft das doch. So macht man gut Cash. Gerne machen. Gerne mehr. Gerne mehr. Ist auch eine Truhe. Guck mal einer an. Ich bin auch kurz durch mein Freund. Ich verschwinde auch sofort wieder. Elefantentuner. Ich kenne mich mit Thunfisch jetzt nicht so sehr aus, aber ich glaube nicht, dass da viele Elefanten daran beteiligt waren. Ich glaube, wo muss ich lang? Warte. Da muss ich irgendwo hin. Da muss ich noch eins höher. Hier oder? Geht auch nicht gerade. Okay. Ah. So. Oh nein. Mist. Oha. Melon Kroko. Hier machen wir alle. Mal lassen wir eine Whip. Jetzt müssen wir die freundlich ausschalten. Aber die andere war durch Namis unvermeidbare Attacke sowieso dann vernichtet. Fireball trifft alle. Na dann. Und sofort Total Destruction. was du irgendwas effektives außer generell. Dann macht man Thunderball Tempo, dass der andere gleich automatisch ausgelöst ist. Vielleicht kann man ihn paralysieren. Also Leben. Ja. Aber dann können wir nicht. So. das ist am stärksten. Mach den. Ah. Widerstand. Dann macht das. Oh ja. Oh ja. Ist ohnmächtig. Sehr gut. Radio macht sein Special Move. Der immer noch viel zu cool für die Welt ist. Und vor dem ich große Angst habe, dass er einen von uns treffen kann irgendwann. Ähm... macht man einen Swing Arm. Er macht inzwischen auch so viel Schaden. 4100. Krass wie stark Nami ist. Was zur Hölle. Ist stärker als äh... fucking Waffi mit jeder Attacke. Das ist... Das ist insane. Äh... Franky macht nochmal einen sehr effektiven Schaden. Das reicht. Wunderbar. Ja, also schadenstechnisch sind wir sehr gut aufgestellt. Ziel abgeschlossen. Was haben wir denn abgeschlossen? Ich will die gleich immer mitnehmen, so vergesse ich das wieder. Um 3.000 Fugger mit einem Schaden. Haben wir jetzt das geschafft? Okay. Mit Franky gerade. 5 Kämpfe Eisbockruinen. So. Was ist da die Kiste hier? Nein, nur ein zu viel. Nur ein zu viel. Das ist mega. Noch eine Krone. Und da liegt noch so eine Notiz. Wollen wir die auch so einsammeln? Ja. Das kann ich mir jetzt noch nicht durchlesen. Aber wie kommen wir jetzt zu der Tür? Ach da. Ja. Da war. Kommen wir so ganz rüber? Ja, super. Und da unten war noch eine Notiz, habe ich gerade gesehen. Glaube ich zumindest das eine Notiz war. Und da unten ist ein Speicherpunkt und ein blauer Schlüssel, der gleich benötigt wird. Okay. War naheliegend. Sind noch eine andere Farbe von dem Schlüsselbauer. So, zu allererst, bevor irgendwas passiert, hole ich diesen Würfel. Die Würfel essen so viele. Ich, ich mach die vor dem Boss. Packe ich die alle auf einmal drauf. Wenn wir jetzt noch welche finden. Ähm. Wo möchte ich anfangen? Erstmal eine Übersicht verschaffen. Was wir ja noch alles zur Verfügung haben. Da sind wir durchgekommen. Da müssen wir hin. Also, bleibt uns keiner noch in der Wahl, außer jetzt das Ding zu aktivieren. Und zu gucken, was passiert. Wir haben hier leider keine Aggregats, äh, keine Höhlenänderungsmöglichkeit. Ne, Robin ist kalt? Ja, beide, wie gesagt, ihr beide könntet euch auch einfach mal was anziehen. Könntest du auf, um das automatisch zu machen? Wo sind wir gerade? Wo sind wir? Hier. Mach hier. So. Und, wir gehen hier einfach mal durch, weil wir durch die blaue Tür noch nicht können. Guck mal, was hier passiert. Okay. Aber wir bekommen jetzt immer zwei. Das finde ich sehr, sehr gut. Wo hast du den Aufzug gefunden? Wie habe ich den übersehen? Wie, wie, wie konnte ich den übersehen? Gibt mir noch eine Truhe, die wir öffnen. Öffne die Truhe. Für satte 28.000. Und, sattes Geld. Sattes Geld. Damit werden wir sowas von reich. Fast. Hier ist, hier ist nichts. Wenn nichts auf uns war, dann habe ich Angst, gleich was von oben runter gesprungen gekommen. Also möchte ich doch mal kurz ausrüsten, was wir haben. Oh, du hast so viele. Das ist so gut. Okay, du hast nichts. Du hast drei. Okay. Gut ausgerüstet. Und dann gucken wir mal, was auf uns zukommt. Gut ausgerüstet. Gut ausgerüstet. Gut ausgerüstet. Grandez! Was hast du dir gesagt? Hahaha. M- Er kann andere Viecher kontrollieren. Wie cool. So sieht er so böse aus, wenn er das sagt. Okay, Robben wird ganz zweifeln. Also, okay. Okay, passt mal auf. Ich habe jetzt eine ganz wilde Theorie. Er hat gesagt, er war schon in all diesen Ruinen unterwegs. Ich möchte jetzt nicht derjenige sein, aber ich glaube, dass er die ganzen Kolosse auf uns setzt. Ich weiß nicht. Ich möchte wirklich nicht, dass er böse ist, aber es wird darauf hinauslaufen, dass er böse ist. Und ich bin mir eigentlich felsenfest sicher, dass er die Kolosse auf uns setzt mit dieser komischen Fähigkeit. Irgendwas, irgendwas. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich glaube, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. So sehr ich es nicht möchte, es wird so enden. Also, wenn Robben hier schon zweifelt an Adios Glaubwürdigkeit. Ähm, weiß nicht. Robben ist eine sehr cleavere Frau. Ich traue der Sache nicht so ganz. Oh Gott, ey. Nur mal um kurz zu zeigen, wie verschachtelt das ja gerade alles ist. Okay. Möchtest du jetzt mal den Forst hier? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ob jetzt im vorherigen Raum durch die Eisschicht jetzt irgendwas frei geworden ist, wo wir jetzt langen können. Da war ja Wasser, weiß ich nur. Ich möchte mal ganz kurz nochmal rübergucken. Und laufen ein paar Pinguine, aber ansonsten ist ja nichts weiter, okay. Gut, ich wollte mich vergewissern. Gut, da brauchen wir den roten Schlüssel. Kommen wir ja locker durch. Bisschen fucking unnötig, hier ne Tür reinzupacken mit dem roten Schlüssel. Aber. Okay. Also doch wieder entsperren. Was, was, was ist? Ach, 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 warum? Schauen wir mal, was ich in den Würfel hier. Finden wir es ab. Ist nur einer. Ist ein bisschen ungerecht. Nämlich fragt. Aktivieren wir wieder das Wasser. Aus keinem Grund whatsoever. Wirklich, aber kein anschließender Raum ist. Ist das, das ist doch... Der ist doch total unnötig gerade. Der ist doch im Grunde gerade komplett unnötig. Was ist da oben? Truhe, wie komme ich da hoch? Warte. Hätte ich mich da hoch schwingen können? Ihr müsst mich ja da hoch schwingen, sonst komme ich da nicht hin. Moment. Aha. Schau mal einer an. Auf einmal wird einiges mehr frei. Gut. Das gibt mir jetzt auch mal den Weg zur Truhe. Aber immerhin. Noch mal eine Krone. Dann gehen wir erstmal weiter. What the hell? Das ist wahrscheinlich... Der coolste fucking Gegner, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Also let's go. Okay, wir haben einen Schatztruhe. Mit dem Schlüssel. Und halten wir mal... Der ist ja mal mega cool. Oh mein Gott. Oh, der hat Bossmusik. Es erscheint schon wieder ein bisschen mehr drauf zu haben. Ist der Vogel gerade? Sehr viel schwach. Das gefällt mir. Ja, dann mach mal. Erstmal satten Schaden. Aber ja, obwohl die ist keine Gumm... Die ist kein Gier. Wieso mach erstmal... Mach erstmal eine Besucher. Oh nein, das war ja so gut wie gar kein Schaden. Okay. Okay, der wird fucking... Okay, der wird fucking anstrengend. Ich schreibe nach, dass ich die Folge wieder überzogen. Und es tut mir wirklich leid. Aber wir können einen Grab machen. Ist schon mal gut. So, wir machen einen Grab. Aber wir haben Frankie da sehr fängt diese Feuerattacken drauf. Ist gut. Tsunami, pass auf. Du setzt jetzt erstmal ein schäbiges Bällchen ein, weil da macht der große Angst. Ich weiß was, Cannon hat so viel Schaden. Oh mein Gott, guckt euch den Schaden an. Wisst du was? Den Schaden will ich sehen. Oh mein Gott, Frankie, machst du viel Schaden. Das ist ja bei ihm rum. Alter. Franky, du Biest. Hier, eigentlich schweilt die Waffe gerade am wenigsten Schaden, ironischerweise. Machen wir noch ein zerfetztes, dann machen wir ihn noch mehr Schaden. Und du kannst nochmal richtig reinhauen. Ah, okay, doch, mach nicht so ganz reinhauen. Aber wir machen auch so wahrscheinlich gute Schaden mit Frankie. Ja, guckt euch, ey, wir haben mit einem normalen Schaden gerade 2.500. Das ist, das ist, das ist, wow. Okay, man merkt, dass die Werte jetzt wirklich enorm steigen langsam. Das ist normal. Ja, dann gibt es immer noch solchen Schaden. Aber trotzdem ist es, das ist insane. Guck mal, eine Riesenpistole, vielleicht bringt sie doch ein bisschen was. Naja, ein bisschen. Oh, mein Gott, der wandert mich ja fast. Wunderbar. Ein normaler Ansicht dürfte da vielleicht. Nein, noch nicht ganz. Aber ein Grab, der macht's jetzt. Und. Uh, noch nicht ganz. Adio. Reicht es? Oh yeah. Der wurde ja mal sowas im Grund und Boden zerstört. Sehr, sehr gut. Gut. Okay. Schrauben wir uns den blauen Schlüssel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Mach's gut. Ich sage, 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 ich sage. Ich sage, 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 ich sage. Ich sage, 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 ich sage. und sage, ich 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 sage. Untertitelung des ZDF, 2020